Jo und los geht's ja diesmal lass ich auch ne Uhr mitlaufen ähm alles live alles was auch immer ich hab keine Ahnung wo wir das jetzt mal aufgehört haben äh ja hinter mir ist das Killer-Eichhundchen aber ich geb dem Killer-Eichhundchen die Befehle egal ähm wo haben wir aufgehört ich habe keine Ahnung und ich weiß auch nicht wo wir lang müssen ähm aber waren wir hier schon ich meine hier waren wir schon oder? könnte mir jemand sagen wo ich hin muss ok hier war ich noch nicht obwohl ich bin eigentlich eigentlich glaube ich wir waren hier schon egal mehr Raketen heißt ja ihr wisst schon nein ich glaube jetzt keine Sprüche von dem Leben Maxi Maxi Paxi Jo versuchen wir mal irgendwie ich hab keine Ahnung ob ich jetzt hier richtig bin oder nicht ja tötet mich doch ruhig alles klar so muss ich jetzt nach oben oder nach unten? ich äh guck erstmal hier rein ich meine hier waren wir schon oder? aber es ist alles auf der Karte irgendwie ach ich bin doch irgendwo gestorben richtig bin gestorben ha ich erinnere mich ja ich bin da ich erinnere mich ich bin beim letzten Mal hier lang gelaufen und bin gestorben wegen der Lava und so'n Scheiß und ähm deswegen kam ich auch nicht weiter also beziehungsweise deswegen ist das alles hier wieder unerforscht weil mhm der Speicherpunkt ja weiter hinten war gut dann gucken wir erstmal wo wir lang können ohne da runter zu müssen weil eigentlich hab ich keine Lust nochmal da drauf was ist das denn hier? alles neu ok wir eine Aufladestation da würde ich erstmal eure Zeit verschwenden wow so mag ich das ja äh Gegner danke jo ja sorry ist halt so aufladen so fertig und raus hier so aufgeladen sind wir wohin geht's hier sieht gar nicht mal so gut aus egal ich geh jetzt einfach hier lang ah Feuer Lava Spucken ich weiß es nicht was aber war ja klar war ja klar war ja klar war ja klar gut dass ich mich aufgeladen habe übrigens ähm ich darf schon mal ein bisschen spoilern was den heutigen Livestream betrifft ich werde euch ziemlich viel vorfressen hab ich so das Gefühl ja lass mal ein Wettpress machen ok hier komm ich nicht rein ähm geh ich jetzt rechts lang oder geh ich jetzt runter so ihr entscheidet rechts oder runter runter geh ich jetzt rechts oder runter sagt es mir runter wie denn es geht tell me ok da sagt rechts äh LP sprach jetzt er hat rechts gesagt Leute gehen wir rechts da 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 ok mal gucken wohin uns der Rechtweg führt LP Spaß ich hasse dich wir gehen nicht rechts wieso hörst du nicht auf mich wir gehen erstmal runter oh hier unten geht's gar nicht weiter scheiße wir sind doch noch verdammt dich äh LP Spaß die war der weise der wusste dass es nur rechts weiter geht verdammt sag ich doch soll es nach rechts gehen äh genau ok ähm auf geht's spiel gegen die zeit und da durch und hier hoch und ach hier waren wir doch letztes Mal auch ja hier sind wir irgendwo gestorben wo hier glaube ich nicht sondern ein Raum weiter sind wir ja genau an dieser Plattform sind wir gestorben oh Gott jetzt kommen die ganzen Erinnerungen wieder ja hier genau hier sind wir gestorben genau schöne Sachen ja ich weiß auch warum ja schön super ich liebe das oh ich will hier nicht lang ok geschafft was geht der unter ah ok alles klar haben wir geschafft da sind wir das letzte Mal dran verreckt das heißt alles ist jetzt wieder neu und ein Seepferdchen ein Seepferdchen das Feuer spuckt wie logisch Raketen die ich gar nicht gebrauche gerade äh was ist das eine kleine Auf ja ok Aufladestation nicht direkt aber hier gibt es gut Energie wieso komme ich da jetzt nicht rein ok das heißt ich muss von oben und lang ok probieren wir es mal neun zu den Regeln nach League of Legends wer noch will der kann sich die Regeln noch durchlesen das ist verdammt es ist wir werden Arams spielen großenteils ja Killer Seepferdchen tot so was ist hier drin und auch ne nicht so was oh god oh god nein nein halte ich doch fuck 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 und jetzt kommt wieder das Killer Eiche äh nicht Eichhörnchen im Keller Seepferdchen da gibt es geschafft da gibt es geschafft da gibt es kann das Killer Eichhörnchen nachmachen halt eine Klappe nein nein stirbt so okay wo geht es hier schon erstmal lang okay versuchen wir es mal äh, was machen wir denn jetzt hier? Autsch. Warum sind wir jetzt... Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in... Äh, ich sterb hier gleich schon wieder. Ich seh das schon kommen. So, wohin geht's hier? Das sieht irgendwie so aus, als würde ich hier gar nicht rein wollen. Oh, doch. Hä? Kann mir jemand diesen Raum erklären? Oh, okay, hat sich gerade erledigt. Ja, sorry, ich muss mich eben wieder aufladen. So. Okay. Äh, hm. Okay. Gut, dass da schon der Boden weggeht. Das sagt ja schon vieles. Was? Ich kann meine Stimme nicht verändern. Nein, 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 das ist Ulti gewesen. Das war nicht ich. Ja. Ja, ich bin... Nee! Nee! Äh, laufsamus! Laufschlampe! Okay. Okay. Lauf. Okay. Geschafft. So schlimm wird er hier. Was ist das jetzt? Ach nee. Du 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 du. So wir haben den Speedbooster erhalten. Das ist doch schön. Das freut mich. Äh. Das freut mich nicht. Was ist denn jetzt kaputt? Wieso steigt die Lava? Damit wir den Speedbooster gleich mal ausprobieren können. Das ist Opfer. Auf geht's. Äh. Warum läufst du nicht weiter? Lauf. Lauf. Schneller. Okay. Das heißt jetzt können wir zu ein paar mehr Orten. Allerdings wundere ich mich ein bisschen. Und zwar fehlt da noch was. Äh. Ziemlich Entscheidendes. Und zwar hier unten. Ich würde da gerne dran. Bevor ich jetzt. Sollte ich jetzt bevor ich. Sollte ich nicht erst speichern? Nein. Kann ich aber nicht. Weil dann komme ich nicht mehr zurück. Ja ihr. Eichhörnchen. Nicht. Eichhörnchen. Warum? Jetzt wenn ich es folgen. Euch. Eichhörnchen. Sehfährchen des Todes hier. So hier möchte ich gerne. Irgendwie. Toll. Toll. Möp. Warte mal. Irgendwie ging das doch, oder? Warte. Verdammt. Nein. Moment. Wie ging das denn? Verdammt. So geht das nicht. Kannst du es nicht glitschen? Doch. Ich kann das bestimmt glitschen. Verdammt. Na gut. Okay. Ähm. Verdammte Hacke. So. Töten wir nochmal die beiden Ketten. Moment. Diesmal bin ich schlauer. Toll. Toll. Wie schlauer. Scheiße. Fuck. Diesmal bin ich, äh, tümmer. So. Okay. Mh. Dann gehen wir jetzt speichern. Und gucken mal, wo wir weiterkommen. Ja hier. Da ist der Grapple. Wie war das denn nochmal? Wenn ich mich recht entzinnere. Ich komm da nicht hin. Egal. Wir speichern erstmal. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. 20 Minuten. Haben wir noch. Safe completed. Ähm. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich eigentlich weiter soll. Ich glaube eigentlich eher... Geh doch, Map, die Karte. Ja, das sagt mir aber nicht genau, wo ich lang soll. Das Problem ist, ähm, ich glaube, mich zu erinnern, dass es mehrere Stellen gab, wo ich, äh, jetzt weiterkomme mit dem Speedboost. Das war doch einer am Anfang irgendwo. Also hier ist auf jeden Fall einer, das weiß ich. Das ist einer am Anfang irgendwo. Aber, warte mal, was ist eigentlich hier unten? Äh. Toll. Energie, damit ich direkt sterbe. Opsala. Hoppala. Okay, da komm ich aber noch nicht lang. Dann gehen wir erst hier lang. So, hier kann man nämlich schön einmal durchlaufen. Okay. Probier ich mal eben, ob hier oben irgendwas an der Decke ist. Weil, das hat man manchmal. Ach, komm schon. Nicht irgendwas Schönes an der Decke? Mh, verdammt. Ja gut, dann eben nicht, dann... Doch. Eine Decke. Witzig. Ja gut, okay, guck mal was... Ach ja, hier ist eine Speicherstation, brauchen wir jetzt gerade nicht. Ja, wo lang denn jetzt? Ähm. Äh, ehrlich gesagt, wenn ich gerade etwas überfragt, wo lang ich jetzt soll. Wo geht's denn hier weiter? Äh, ja, sieht so aus wie, äh, komm ich nicht weiter. Hat der mal ne Ahnung, wo ich lang muss? Nein, nein, nicht. Und frag doch der Freund. Und ich dachte, ihr werdet schlau. So, ähm, links ist noch was, wo wir noch nicht waren. Nein, bei mir regnet es nicht. Ähm. Scheiße. Bei mir auch nicht. Ich versuch's jetzt mal da oben. Und es sollte morgen, darf es auf keinen Fall regnen, vor allen Dingen. Warum? Weil, ähm, wir morgen ne Feier im Garten haben mit 80 Leuten. Ach ja, genau. Das wäre sie. Ach ja, jetzt haben wir das Beating. Miau. Oh. Ich muss zurück, sagt Lufo. Aber jetzt bin ich doch gerade hier schön. Ich bin doch gerade hier so schön, Lufo. Lass mich doch hier sein. Hm, Spaß, du willst gar nicht zum Geburtstag meines Vaters kommen, glaube ich. Aber ich. Was willst du beim Geburtstag meines Auer? Äh, dein Vater. Sehe vielleicht. Hallo. Zur Erklärung, mein Vater wird, äh, wird, wurde 50 und, äh, feiert halt morgen. Äh, Moment mal, dafür brauche ich den Eisbeam. Hä? Wo krieg ich denn jetzt den Eisbeam her? Hm. Na, Arctis vielleicht? Hallo? Du musst zurück, Junge. Okay, Lufo. Lufo, du lotst mich jetzt. Wohin muss ich? So, und wenn du mir das jetzt falsch losst, dann haben wir, dann kriegen wir bei dir richtig Stress. So, also, ähm, alles, was ich jetzt tue, äh, mein lieber Konstantin, ich habe keine Ahnung, ob ich mich nochmal zeigen werde, denn, äh, das Problem ist an der Sache, dass ich keine Webcam habe, und ich hier nicht durchkomme. Was ist denn jetzt kaputt? Wie komme ich denn hier zurück? Ah, vielleicht musst du zurück zum Raum und dann wieder durchlaufen. Ja, ich guck mal, ja. Neeee. Neeee. Verdammt! Was ist denn jetzt kaputt? Ich hab' ich's ganz kaputt gemacht, ja. Hä? Wo, warte, 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 bitte, hä? Hä? Wo, jetzt bin ich hier angesperrt, obwohl ich glaube, ich weiß sogar, wie ich rauskomme. Und zwar, indem ich hier hochgehe. Ja, schießt mich ruhig, aber betrefft mich eh nicht. Das hab' ich natürlich wieder zu früh gesagt. Also, jetzt muss ich mich beeilen. Aber was, halt nicht beeilen, sondern ich muss jetzt nach rechts. Nein, nein, jetzt. So, bin ich jetzt. Ein blauer Raum, wunderbar. Ja, ja, ich versuche ja irgendwie erst mal... Was? Was ist da? Ist es der Eisbeam? Es ist der Eisbeam. Okay, wir kommen weiter. Von wegen, Lupo, wir müssen zurück. Ich... So. Ja, jetzt kann ich Gegner einfrieren. Das, äh, okay, ist eigentlich unschwer zu erkennen, aber egal. Trotzdem, ich muss es nochmal so erwähnen. Hm, Eis. So. Und jetzt kommen wir nämlich hier auch weiter. Deswegen haben die einen noch eingesperrt, damit man das auf jeden Fall findet. Das ist ja... Doch, geht, Moment. Okay, perfekt, geschafft. Äh, irgendwo konnte ich nach unten gucken. Da. Okay, geschafft. Schön. Ja, Dead Space mit Webcam, ich glaube auch. Sonst hab dann nicht noch irgendwelche Probleme, oder? Na ja, ein bisschen, aber... So, jetzt kommen wir auch endlich durch. Das ist doch wunderbar. Okay. Gut. Und wo geht es jetzt weiter? Ähm, das ist eine gute Frage, die ich euch mal wieder nicht beantworten kann. Also irgendwie, äh, komme ich hier in dem Spiel immer nur so schrittweise weiter. Was ist hier? Hier war ich schon mal, aber da oben ist was. Ja, hier war ich schon mal. Ich will nur mal eben das kurz erkunden, damit ich weiß, dass ich hier schon überall war. So, jetzt. Jetzt zurück. Düdyp. Ja, ich habe Skype, bin so circa einmal alle drei Monate online. Wenn ich... Wenn ich, äh... Himmel und Huhn zocke, während die Webcam läuft, dann wird die Webcam nicht lange überleben, liebe Leute. Aber egal. Möchten Sie es, äh, save'n? Ja, möchte ich. Aber Himmel und Huhn ist doch so ein leichtes Spiel. Ja, dann spiel mal. Let's Play's, komm. Ulti, let's Play's. So, ab morgen, äh, auf dem Channel von Blackhawmon 1 zu sehen. Himmel und Huhn. Äh, schaltet ruhig mit ein. Es wird sehr lustig. Siehst du mich verarschen? Ich muss... Ich hab keine Zeit morgen. Ja, er hat keine Zeit morgen. So, äh... Aber ist hier auf dem Geburtstag. Von meinem Vater? Ja. Genau. Ich bin eingeladen. So, ähm, kam ich hier schon... Nein, hier kam ich... Ich bin so dämlich. Ich weiß, dass ich hier nicht weiterkomme. Geh trotzdem hin. Na gut. Okay. Äh... Ja, versuchen wir halt wieder... Ach, ja, ich weiß sogar... Ach, ich bin so dämlich. Ja, ich weiß sogar, wo lang ich muss. Ach, ja, hier muss ich, ja. Ich weiß sogar, wohin ich muss. Du da, du da. Warte mal, waren wir hier unten jetzt eigentlich schon? Ja, ich hab noch irgendwas gefunden, glaub ich sogar, ne? Ah, ah, hier wirst du nicht weitergekommen. Wieso bin ich nicht weitergekommen? Weiß ich. Ach, verdammt! Okay, das war grad selbst erklärt, schon gut, da gesessen. La 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 la. Ähm, ja, und zwar hier, genau. Moment, woher? Wie kam ich denn jetzt hier raus? Hä? Warum komm ich jetzt hier? Kommt doch hier. Und tu mir das rüber, Bombe. Was will ich denn ernst? Ach, sag zum Katzen! Egal, dann guck ich erstmal hier unten. Jetzt muss ich nicht ganz außen rumlaufen. Doch, ich muss ganz außen rumlaufen. Wunderbare Geschichte. Was war hier? Da war ein Aufladraum, ich erinnere mich. Wo ich kann jetzt reinzugehen. Ist das irgendwo ein Geheimnis an der Decke? Ach ja, töte mich doch. Ich guck grad lieber nach Geheimnis an der Decke, als irgendwie drauf aufzupassen, ob ich hier sterbe oder nicht. So, die Dinger kann ich mich jetzt endlich auch einfrieren. So, ähm... Da geht's nicht lang, es geht... Ach nee, runter. Warum ging's eben nochmal runter nicht? Ach, darum. Scheiße. Ich vergesse noch zwei Sekunden alles, wo ich vor drei Sekunden noch war. Egal. Ähm... Versuchen wir's also hier lang. Ja, ich weiß, dass wir hier schon waren, aber wir müssen... ...nochmal eben hier hoch. Denn... Wir müssen nochmal da oben hin. Denn... Denn... Och nee... Den ganzen Scheiß nochmal, weißt du was? Ja, geil. Das war natürlich nicht gewollt. Ach, leck mich! Näh. Leck mich an der Täsch hier. So, ja... Stirb! Komm, spring rein, Samus! Spring, spring, spring. Spring einfach. Ich hab keine Lust, hier zu warten. Nein, wir spielen nicht Just Cause 1 im Livestream. Hier so wird der nicht eingefroren. Toll. Hm... Ähm... Moment. Mach uns wieder schlau. So... Ja, ja, lol, kommt der nachher. So, kann ich die... Die Dinger einfrieren irgendwie? Äh... Irgendwie nicht. Ach, ich bin zu dämmig. Geh das Ding wieder hoch? Ha! Äh... Geh weg. Ach, geschafft! Rake... Rakeet? Das ist alles für Raketen? Raketen sind schön. Jetzt verarsch' mich nicht. Das war jetzt nicht alles für... Ich brauch'n' Grappeln! Das ist nicht eurer Ernst. Autsch! 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 Das ist doch zum Kotzen hier! Das sieht ja aus. Gernaköten. Wenn man schicken. Ah, ist das zum... Kotzen. Ja, immerhin etwas. Die Raketen, das war nicht mein Ziel. Egal. Mann, ne, Mann, ne, Mann, ne. So. Ja, die Dinger kann ich ja nicht einfrieren. Komm, lass mich alle in Ruhe. Okay. Du hast die Verzögerung umgestellt. Hab ich... Was für ne Verzögerung? Was meinst du mit Verzögerung? Also sprichst du... Also bei mir ist es so... 5 Sekunden Verzögerung. Ja, 5 Sekunden Minimum. Beim Sprechen. Oh. So, jetzt machen wir eben 3 Zitzern. Ich hab' ja... Ha! Kein Ton beim Livestreamer an. So. Was haben wir hier? Yeah, noch mehr Raketen, weil ich sie so dringend bra... Warte mal. Das ist doch nur 40. Das sieht so aus, als würde ich nach unten kommen können. Können kommen. Okay, war ein Irrtum. Scheiße. Kommt doch einfach mal in die Lava springen. Weil ich's kann. Ouch. Okay, äh, 5 Minuten haben wir noch. Äh, rein. Danke, safen, danke. So. Oh, ja, jetzt ist die große Frage. Nein, nein. Die Verzögerung ist einfach nur, äh, ich sende. Und bis der das auf der Seite anzeigt, dauert es halt ein paar Sekunden. Das ist, äh, wirst du bei jedem finden. Ähm. Ja, ich weiß grad nicht so recht, wo lang ich soll. Also hier oben ist ein großer Raum. Kann ich irgendwie das steuern? Nö, irgendwie nicht. Äh, da oben ist ein Raum, der... Was ist das? Oh, cool, ich hab mir News gefunden, die ich gar nicht wusste, dass hier existieren. Egal. Ähm, ich weiß grad nicht so wirklich, wo ich nicht soll. Bö, 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 so. Äh, Lupo, wohin? Ähm, ja, ich würd sagen... Ja, ich würd sagen, ich hab keine Ahnung. Äh, da im großen Raum, da komm ich noch nicht weiter. Obwohl, theoretisch komm ich da sogar weiter, aber... Äh, ja, ich weiß, dass du es nicht weißt, aber er sollte mir sagen, damit er schuld ist. So. Wir laufen jetzt einfach irgendwo lang, glaub ich. Hinab. Rechts. Okay, ich laufe jetzt noch. Ja, ich werd wahrscheinlich jetzt als Squid Revelations zocken. Will ich auch. Ich weiß, Lupo, ich weiß. Aber du sollst schuld sein. Ich hab mir dich als Opfer ausgesucht. Ja, jetzt bin ich's nicht mehr. Juhu. Ma, ja, kann auch jetzt gleich sterben. Ja, komm. Komm, Seepferdchen, bitte. Verdammte Hacke. Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. So, dürfte ich jetzt bitte wissen, wie ich weiterkomme. Ne, ich geh jetzt mal gerade zurück. Ich sag dir nach links. Okay, ich geh gerade nach links. So. So, gucken wir mal, was hier ist. Zum Anfang und dann rechts. Da komm ich noch gar nicht lang, oder? Ich weiß, ich weiß, glaube ich, sogar, was du meinst. Aber ich glaube, da komm ich noch gar nicht lang. Moment, war ich hier nicht? Oh, hier war ich doch eben. Kommt drauf an, warum ging's denn in der PN, Konstantin? Das Problem ist, ich bekomme mehrere PNs und nehme mir da manchmal vor, die später zu beantworten, weil ich gerade keine Zeit habe und dann vergesse ich die. Das kann, äh, das kann passieren. Also, red dich einfach nicht raus. Ich kann euch gleich gerne mal meine YouTube-Seite zeigen. Ich glaube, ich habe gerade um die 70 ungelesen Kommentare. Ähm, ich komm halt nicht immer dazu. So, ich bin jetzt ganz hoch gegangen. Wird ihr damit zufrieden, oder nicht? Ich weiß es nicht. Moment, hier waren wir... Wollt ihr mich jetzt ganz verarschen? Obwohl, da sind noch Räume, wo wir echt noch überhaupt nicht waren, ne? Ja, machen wir einfach mal. Gehen wir einfach mal weiter zurück. Und gucken mal, was uns da erwartet. Sind die fünf Minuten nicht schon um? Spasti meint, ich soll hinab. Spasti, hast du Ahnung von dem Spiel, oder nicht? Sag mir das lieber jetzt, ansonsten... Ich gucke Popo, haue hier. Weißt du, dass ich hinab muss? Ich glaube... Nein, ich zocke nicht wie der QWOP. Das war doch das mit dem Männchen, was sich so verkrippelt, weil ich es einfach nicht kann, oder? Ja. Ja, ich komm hier hoch. Achso, hier. Ich war da oben schon. Scheiße. Ich komm hier wieder hoch. Und das kann ich nur mit dem Eisbeam. Also, haben die ja irgendwie gewollt, dass man hier wieder hochgeht, wenn man den Eisbeam hat. Also, ist schon mal ein Hoffnungsschimmer hier. Fuck. Ich verarsche dich nur. Ach, verdammt. Ups. So. Ach, in die gelben Türen komm ich eh noch nicht. Ja, Hündchen tötet mich ruhig. So, war ich hier schon. Ach, da kam ich. Toll. Okay, versuch ich mal mit oben. Ja, hier ist immerhin schon mal ein neuer Weg. Ist auch schon mal gut. Ähm, okay. Ein Weg, der mir Angst. Äh, lass mich los. Was soll das? Ich will hier raus. Wow. Wow. Okay, hier drin verrecklich. Hier drin verrecklich eindeutig. Bin ich hier nochmal. Alter. Was ist das für ein kranker Scheiß? Alter, lass mich in Ruhe. Okay. Da oben ist immerhin ein Schnell. Safe. War. 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 Immerhin ein Safe. Was hat der die Röhre dazu bedeuten? Ich komm nicht mehr zurück. Okay, cool. Immerhin. Ich komm schon mal nicht mehr zurück. Ist doch wunderbar. Äh. Ich bin ganz ehrlich, ich, äh, verlängere die ganze Aufnahme um 10 Minuten. Weil ich grad nicht aufhören will. So, ähm. Ja, tut mir leid, liebe Leute. Das müsst ihr jetzt ertragen. So, äh, soll ich jetzt erst hoch oder erst links? Hier ist ein Aufzug. Okay, wir gehen erst links. Äh. Schlechte Idee. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Yeah, bäms. Jetzt hast du keine Lust mehr. Okay, das ist etwas möglich. Na gut, ich. Na gut, ja, okay, dann wollte das Spiel das wohl nicht anders. Ja gut, dann werden wir jetzt... Aufhören. Gut. Ähm, bis zum nächsten Mal. Irgendwie mach ich nochmal die Aufnahme beenden. So.